Herzlich willkommen in der Asklepios Klinik Barmbick. Unser OP wird durch Frau Nadine Möbius, das ist unsere OP-Managerin, geleitet. Und mein Name ist Christiane Schilling, ich bin die Funktionsdienstleitung des OPs. Wir sind ca. 50 Mitarbeiter mit verschiedenen Fachqualifikationen. Darunter sind OP-Fachkräfte, OTAs und MFAs. Wir sind ein sehr kollegiales und respektvolles Team und arbeiten sehr gern miteinander und nicht aneinander vorbei. Wir arbeiten in einem Drei-Schicht-Modell, das heißt wir haben Frühdienste, Spätdienste und Bereitschaftsdienste. Bereitschaftsdienste absolvieren wir auch am Wochenende und dazu haben wir jeden Tag einen Rufdienst. Du solltest offen für Neues sein, aufgeschlossen und Spaß an der Arbeit haben. Der Rest kommt von allein. Wenn du irgendwelche Fragen hast, sind wir jederzeit für dich da. Dann kannst du die Fragen stellen und wir werden sie dir auch sehr gern beantworten. Wenn wir dein Interesse geweckt haben, kannst du dich jederzeit entweder online oder schriftlich bei unserer OP-Managerin Nadine Möbius bewerben. Dann werden wir sicherlich einen Vorstellungstermin für dich vereinbaren und einen Hospitationstag. Dann kannst du dir gern unser Team direkt vor Ort anschauen.